hallo leute hier ist der fotograf und wir sind hier auf dem nero berg es ist herbstlich wie ihr sehen könnt ich bin in lolita gekleidet mit ganz viel zesausten haaren weil es windet bis zum geht nicht mehr ich hoffe man sieht wenn nicht dann war ich das video nicht hoch